Grundrentenzuschlag. Kann es sein, dass ich sogar einen doppelten Abschlag bekomme? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe im Jahr 2020, als das mit der Grundrente losging, viele Beiträge zu diesem Thema geschrieben. Jetzt gibt es ja viele Bücher dazu, auch Textbeiträge von anderen Autoren. Auch die Deutsche Rentenversicherung hat sich da schon bemüßigt, was zu schreiben und da gibt es halt viele interessante Informationen zum Thema Grundrente. Ja, meine Damen und Herren, nehmen wir mal ein ganz kleines Beispiel. Sie bekommen, also Sie gehen zum 01.05.2023 mit 12,0% Abschlag in die Rente. Und die Deutsche Rentenversicherung errechnet für Sie einen Grundrentenzuschlag, sagen wir mal von 2,3580 Entgeltpunkten. Und wenn Sie mit 12,0% Abschlag in Rente gehen, dann haben Sie auf Ihrem Grundrentenzuschlag de facto einen doppelten Abschlag. Warum das so ist? Relativ einfach. Zum einen, es gibt einen generellen Abschlag von 12,5%. Den bekommt jeder, ob er will oder nicht. Und wenn Sie dann als vorgezogener Altersrentner noch auf Ihre Entgeltpunkte, auf die Summe der Entgeltpunkte noch einen Abschlag von 12% haben, dann werden auch die schon mit den 12,5% Abschlagsbehafteten Entgeltpunkte, die in die Summe der Entgeltpunkte mit reinkommen, nochmals um einen Abschlag mit 12% versehen. Das ist die Rechtslage. Das heißt also, doppelter Abschlag beim Grundrentenzuschlag ist möglich. Deshalb haben die Menschen Glück, die zum Beispiel eine abschlagsfreie Altersrente erhalten, auch wenn sie nur sehr gering ist und dort die Grundrente sozusagen mit draufgerechnet wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.